KUJIT Gebt gut Acht, wenn ihr euch ins Zauberreich begebt. Denn die Wahrsagerin ist in der Lage, eure Gedanken zu lesen. Der Magier besitzt jedoch dieselbe Gabe wie die Wahrsagerin. Er kann ebenfalls Gedanken lesen. Eine Kristallkugel ist nicht nötig. Die Karten können zahlreiche Geheimnisse enthüllen. Schaut euch diese Karte an. Wählt eines der darauf abgebildeten Symbole aus und merkt es euch. Ich werde euch jetzt verschiedene Karten zeigen und ihr sagt mir bitte mit Ja oder Nein, ob sich das ausgewählte Symbol darauf befindet oder nicht. Diese hier? Oder diese? Und diese Karte? Vielleicht diese hier? Und diese? Magica Terra Fierimundum Fantasi Das gesuchte Symbol ist die Ampulle. Eine sehr gute Wahl. Es gibt kein besseres Symbol für einen Magier als die Ampulle. Das geschoierte Das gesuchte Symbol für die Ampulle. Und diese hier haben wir schon alles restaurant mit Sicherheit. Das gesuchte Symbol für die Ampulle. Aber war noch nicht Wasser. Erst um fotografiert, dass der Ampulle ist das탕redakte company. Und diese hier haben wir panafiktionzyt. Oder irgendwie die E-Mal mayor.